recht herzlich willkommen zur 156 folge von towns ja der michael friedrich hat geschrieben hier unsere mauer was wir denn da so machen und vorhaben und wir wollen ja gucken dass das hier zu wird erstmal und ja hier sollen durchgang hin er meinte wir machen hier eine baracke hin ich hatte dann noch gedachten turm aber der turm funktionierte glaubt im älteren let's play was wir da hatten auch nicht so richtig also machte das keinen sinn das mit der baracke macht dann vielleicht sinn dass wir da eine hin machen dann ist da einer zu hause so da können wir noch einen hinsetzen dann kommen die da auch schön drauf diese kästchen machen dann mal weg und dann können die dann nachher hier vorbei ne denke ich mal das ist erstmal so wer ist da gekommen hält das läuft das läuft auch da muss noch ein baum weg hier kann noch habe ich noch steine ausgewählt kann noch einer hin hier wenn der dann das aber die können diagonal momentan noch über ne dann machen wir das doch gerade zu da war gerade jemand und hat einen stein gebracht dann können wir da weitermachen die können nur hier momentan hoch und darüber ok so wie ist die happiness 65 die muss noch steigen muss neue leute kriegen ja wir hatten ja letztes mal was war mit dem händler ach so den kümmer sowieso nicht bedienen okay der war ja letztes mal noch gekommen genau da steht da mit dem kommen ich hin dann handeln weil wir kein geld haben und keine sachen die er haben will gut können noch ein paar laternen hier hinstellen das wird vielleicht sinn machen oder deko kerzen kerzen 1 2 3 jo top in tree weil ich glaube da muss er genau hin ne die kerze ist gekommen licht ist bis zur mauer cool ja jetzt ist gerade dunkel da oben wurde gerade wieder ein stein abgebaut worden tja licht läuft ne und da kommen gleich zwei steine auf einmal ja der baum ist jetzt weg ne destroy wood fertig und da muss auch einer hin der leuchtet für die muss da noch einer hin 3 1 2 3 da ein hin da auch kommt hin ne ja da wäre es da wir wollen müssen kerzen nennen hier unten geht es flott die sind richtig schön am arbeit mit den kerzen das sind wieder steine bauen also mauern da ist noch nicht gekommen weiß nicht um er gebaut wird oder nicht gebaut wird ja hier rum hatte ich erzählt mit der geschichte von michael fridrichs dass da hier eine baracke bauen will also die kann man auch sofort anlegen da ist ja kein ding kaserne heißt es baracke steht hier nö das gefällt mir nicht noch mal wo sind die bäume da eine mauer ist da das heißt wir fangen mit der kaserne da an da können wir natürlich gleich schon drum herum mauern machen da haben wir gar nicht gemacht oder wie sehe ich das macht den weg den auch ja gut eine tür dann ein und dann können sie rein und raus oder wie ist das müssen wir gucken so steine werden glaube ich hier weggenommen oder wie sah das gerade aus das heißt es wird jetzt nicht mehr von unten gemacht das kann bis dahin auf jeden fall gemacht werden und der kann auch gemacht werden weil wir da noch einen haben hier unten machen wir zu da kann auch und dort kann man hoch gehen und runter gehen das ist da auch gegeben das heißt wir können das komplett bis dahin hoch bauen und hier liegt auch nichts mehr das heißt da geht auch ein stein hin sieht gut aus oder was macht die happiness 75 da kommen bald wieder welche brauchen wir auch dringend bergbauer bergbauern bergmänner jod kerzen sind gesetzt kommt wieder einer mit dem stein jetzt ist der da hinten gesetzt worden ok dann kann der auch gesetzt werden da fehlt es noch kommt gerade einer wenn der unten ist können wir den oben auch setzen ok jetzt werden sie aber hier gerade an der kaserne arbeiten und das sind gerade an der kaserne arbeiten haben wir eine zweite baracke da kommt der stein den ich haben wollte so das bedeutet jetzt maus zu müsste funktionieren ja 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 da fehlt es noch drunter da kommt ein händler erst weiter rufen lassen den kann ich eigentlich auch noch machen mal die können dann von oben rufen ja wenn diese beiden steine erdreiche weg sind dann können wir da auch zwei mauern hinsetzen und auf die mauer kann man ja eigentlich auch mit einer leiter von der anderen seite drauf gehen ah der händler ist da das bild steht sehe ich gerade und das klappt nee hier ist diesmal was oh der möchte was mitnehmen gut der hat waffen dabei was hat er noch dabei gucken wir mal runter rüstung ist auch nicht schlecht steine brauchen wir nicht eisen nicht iron bars nicht schuhe sind schon mal ok ne muss ich tatsächlich so hoch rüstung rosen waren glaube ich auch nicht so gefragt gefragt hier schon ja aber bauen war immer so schlecht gut und dann geben wir dem was mit grüne schleime 20 mal flint nee 10 rote schleime oh ja das kriegt er bis zum abwinken gut machen wir fertig sollen sie ihm das bringen ich will hoffen dass die den dreck auch hier wegnehmen so lass laufen so gucken ob die träger jetzt aktiv werden irgendwo hier muss er stehen oder oder da da ist er okay anwählen oder so die holen dem natürlich erst wahrscheinlich die wichtigen sachen die grünen schleim und so der roten schleim und danach kriegen wir erst die anderen zugange was macht unsere happiness 77 3 fehlen noch helden 3 spiel steht wieder oder warum steht das spiel wieder ein angrab naja die vier da lassen wir laufen so da sind wir eine tasche höher gucken dass der dreck da abgeliefert wird hier zwischen ist er ja auch der kann auch weg da war schon einer und hat den ersten geholt läuft gut dann kriegen wir es hier auch ein bisschen sauber das können wir ja sehen 174 6 haben sie schon gebracht wunderbar unsere felder werden dann nämlich neu anlegbar sein dann gehen wir da mal hin und pflanzen hier das weed an den cutten wir mal da kann man noch ein beet anpflanzen und dann ist der weg der auch jetzt passt das alles ne die sind hier schön am aufräumen das gefällt mir gut happiness 78 2 fehlen noch geht haben wir noch ausgewählt ja hier sind auch noch ein paar leere stellen die können wir gerade bepflanzen gut läuft erstmal die flitzen da hin und her um den dreck zu holen kann nicht mehr viel sein ne 72 nur noch der dreck die kriegen wir auch hier weg das auch gut so schön wäre es gewesen wenn diese ecke jetzt hier als erstes weg gewesen wäre aber es sieht so aus als ob das so ein umkreis um die raupe ist den die abbauen gut läuft aber am ende wird da gleich in dem raum da noch ein dreck über bleiben weil sie dann schon zu viele geholt haben pause im spiel nächster angriff da ist ein bisschen feind dabei ok hat man hier eigentlich auch irgendwo eine mauer gebaut können wir auch mal drüber nachdenken hier eine mauer zu bauen aber hier ist der eingang zum friedhof das heißt die mauer müsste dahinter gut ne da nicht sondern da da warum will er das dann da nicht machen wenn wir in der höhe falsch sind wahrscheinlich ne ne will er nicht gut spiel läuft jetzt nicht oder doch vorbewegt sich nicht jetzt bewegen sich dann werden die gleich kommen machen sie auch schon und werden hierher kommen und die verteidigung baut sich auf und ich glaube es sind genug leute hier da wird keiner sterben müssen ein oder zwei vielleicht ne ne es ist immer noch 73 sieht gut aus happiness ist 78 da fehlen nur zwei punkte ne dass neue leute kommen ja alles gut hier die raupe ist übrigens weg wir können auch ein paar soldaten machen ne würde sie machen ne also hier ist unsere baracke die ist schon im erdgeschoss fertig 78 immer noch jetzt nochmal jetzt sieht man das natürlich nicht ne ist doof mit den bäumen da jetzt 2 3 4 5 könnte funktioniert haben ne aber ich weggege in die bäume auch weg ne jetzt ein hoch geht sind die bäume wieder da vielleicht ist ja erfolgreich gegründet gewesen so das läuft die müssten auch drauf kommen und wieder runter kommen ja denke ich mal wie der stein drüber ist schon gemacht worden aber darunter nicht auch cool äh destroy immer besser gefiel mir jetzt nicht so ne so jetzt lassen wir hier 80 werden 79 haben wir schon ja ich glaube ich holze hier die bäume weg von der anderen seite ist auch egal ne geht ja hier zugebaut sieht man jetzt ne kommt noch eine reihe sowieso drauf für das dach wo kein einziges fenster reingebaut auch schön ne anlock ja das machen wir so und die können wir auch machen dann brauchen wir noch ein fenster mach das wieder an ne das war verkehrt das war richtig und das fenster kommt da rein so da kommen die hoch das ist alles gut soweit warum die dritte reihe um das war hier dingens wie heißt es das dach zu kriegen noch dann läuft alles gut okay dann würde ich aber sagen machen wir in der nächsten folge weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss